Du Winkeladvokat hast dir also ein neues Samsung Galaxy S23 Modell gekauft und weißt noch nicht, welches Zubehör du brauchst. Dann bist du hier richtig. Ich werde dir sagen, was du unbedingt dazu kaufen musst, damit dein Galaxy S23 perfekt ausgestattet ist. Let's go! Vor es los geht, eine kurze Ankündigung in eigener Sache. Ich verlose gerade ein brandneues Samsung Galaxy S23 Ultra im Wert von 1400 Euro. Wenn du beim Gewinnspiel mitmachen willst, findest du den Link dazu in der Beschreibung. Schauen wir uns erstmal den Verpackungsinhalt der neuen Galaxy S23 Serie an, denn du bekommst mittlerweile nur noch das Handy, ein Ladekabel und eine SIM-Nadel. Es gibt also kein Netzteil mehr bei der gesamten Galaxy S23 Serie. Und das heißt im ersten Schritt, ein Netzteil musst du dir separat dazu kaufen. Ich empfehle dir entweder das 25 Watt Netzteil von Samsung, das kriegst du mittlerweile hier bei Amazon für 11 Euro hinterhergeschmissen. Das ist schon sehr gut. Oder das S23 Plus und S23 Ultra können mit bis zu 45 Watt geladen werden. Die Handys laden also dann ein bisschen schneller auf. Im letzten Jahr war der Unterschied nicht groß. Ich weiß nicht, wie es in diesem Jahr ist. Ich werde es auf jeden Fall mal testen. Und wenn du wirklich viel Wert auf schnelles Aufladen legst, dann hol dir das 45 Watt Netzteil. Das kriegst du hier auch reduziert zum Preis von 30,99 Euro. Kabellos geladen können die Handys natürlich auch. Und da bietet auch Samsung entsprechendes Zubehör an. Es gibt hier diesen einfachen kabellosen Lader. Der kostet hier 28,99 Euro. Dann gibt es hier den Wireless Charger Duo. Da kannst du dann also rechts auch deine Galaxy Watch aufladen. Und dann gibt es hier natürlich auch nochmal Kombi-Angebote inklusive dem 25 Watt Netzstecker dabei. Hier hast du also das einfache Pad mit dem Netzstecker für 36 Euro. Und hier hast du das Duo Lade Pad mit Netzstecker für 55 Euro. Die ganzen Modelle gibt es natürlich auch in weiß. Ich verlinke dir alles Zubehör in der Beschreibung. Neu ist aber auch jetzt der Wireless Charger Trio. Damit kannst du also dein Smartphone, deine Galaxy Buds und deine Galaxy Watch auf einmal kabellos laden. Das Gerät gibt es auch in schwarz und weiß und das kostet hier 99 Euro. Wenn du also Samsung Nutzer durch und durch bist, dann würde sich das für dich natürlich lohnen. Und diese Wireless Ladepads, die gelten natürlich für alle S23 Modelle. Eine Displayschutzfolie fehlt dieses Jahr auch wieder bei den neuen Galaxy S23 Modellen. Die würde ich mir also auch nochmal separat nachkaufen. Die offizielle kann ich dir empfehlen. Mit der hatte ich letztes Jahr gute Erfahrungen gemacht. Die kostet hier allerdings heftige 20 Euro. Ich gucke mal, ob ich die auch bei Amazon finde. Dann verlinke ich sie dir in der Beschreibung. Bevor wir gleich zu den Cases kommen, möchte ich auch noch kurz dir ein Popsocket empfehlen. Das ist so ein kleines Haltegerät, das du hinten auf dein Handy klebst. Und das kannst du ausziehen. Und dadurch hast du dein Handy immer besser in der Hand. Das kann dir also dann nicht mehr runterfallen. Ich nutze Popsockets schon seit Jahren und möchte nie wieder ohne. Ich liebe diese Dinge. Das Handy liegt einfach so viel fester und sicherer in der Hand. Du kannst es auch einhändig leichter bedienen. Und deswegen schwöre ich auf diese Popsockets. Probier es einfach mal aus. Vielleicht ist es ja was für dich. Es gibt die Popsockets auch in ganz verschiedenen Farben. Da ist bestimmt auch was für dich dabei. An dieser Stelle eine kurze Werbung in eigener Sache. Wenn du noch Unterstützung beim Einrichten deines neuen Galaxy Handys brauchst, dann kann ich dir meinen neuen Samsung Galaxy Einsteigerkurs empfehlen. Darin zeige ich dir, wie du dein neues Galaxy Handy einrichtest und wie die Grundlagen von One UI und Android 13 funktionieren. Also wie du dich im System navigierst, wie du automatische Backups einstellst, damit du nie wieder deine Daten verlierst, was die wichtigsten Apps sind und wie du diese nutzt, damit sie dich im Alltag sinnvoll unterstützen und viel, viel mehr. Der Kurs ist jetzt auch um 70% reduziert. Ich verlinke ihn dir in der Beschreibung. Kommen wir jetzt also zu den Cases. Starten wir mit dem S23 Ultra. Ich konnte bei meinem Hands-On auch schon mit einigen Cases rumspielen. Und beginnen möchte ich mit dem Rugged Gadget Case. Das ist also hier ein richtig dickes Ding für Outdoor-Leute. Das Case ist also extrem gesichert und besonders für den Outdoor-Einsatz gemacht worden. Das Besondere ist, du hast auf der Rückseite so einen Quad-Anschluss und dadurch kannst du das Case dann an deinem Fahrrad auch festmachen. Oder hier zum Beispiel so ein Wallet installieren. Wenn du also Fahrradfahrer bist oder gerne viel außen unterwegs bist, dann ist das hier dein Case. Das Rugged Case kostet 59,90 Euro. Dann gibt es hier das Clear Gadget Case. Das ist praktisch ein durchsichtiges Silikon-Case, aber du hast hinten so einen Ring, der so ähnlich ist wie der Popsocket und dadurch kannst du das Handy dann auch besser mit einer Hand festhalten. Das Clear Gadget Case kriegst du für 54,90 Euro. Leder Cases gibt es natürlich auch. Für die S23 Ultra Serie gibt es hier dieses Camel, Black und Green. Ich konnte da auch schon einige in der Hand haben und muss sagen, die Qualität hat mir sehr gut gefallen. Das Leder fühlt sich sehr angenehm an und es verändert ja auch mit der Zeit ein bisschen seine Textur. Dann sieht das Handy auch ein bisschen benutzt aus. Das sieht dann noch schöner aus, finde ich. Und es macht auf jeden Fall einiges her. Die Leder Cases kosten 59,90 Euro. Spannend fand ich auch das Silikon-Grip Case. Das gibt es hier einmal in weiß und in grün. Das ist einfach ein Silikon-Case mit aber einer riesen Halterung auf der Rückseite. Auch hier kannst du deine Hand dann wieder da reinschieben und dann kannst du dein Handy noch besser mit einer Hand festhalten und steuern. Das Silikon-Grip Case kostet 49,90 Euro. Dann gibt es auch wieder Smart View Wallet Cases. Als Farben gibt es diesmal Grün, Black, Lavendel und Cream. Diese Cases sind also zum Aufklappen. An der Vorderseite hast du dann ein kleines Fenster, wo dir die Uhrzeit immer angezeigt wird. Und auf der Innenseite kannst du dann noch ein paar Karten einlegen. In meinem Fall persönlich ist es nicht, aber es gibt ja genug Leute, die das auch mögen, wenn das Handy von vorne geschützt ist. Und da wäre das dann eine super Wahl. Das Smart View Wallet Case kostet 49,90 Euro. Dann gibt es noch das Frame Case. Das gibt es in schwarz und in weiß. Das ist auch ein Silikon-Case. Auf der Rückseite hast du aber auch so einen Einschub für eine Karte oder Bargeld. Das ist auch eigentlich sehr clever gemacht. Wenn du also neben dem normalen Schutz auch eine Kreditkarte dabei haben möchtest oder ein bisschen Bargeld, dann ist das Case vielleicht interessant für dich. Das Leder hat auch hier einen sehr hochwertigen Eindruck gemacht. Preislich sind wir hier bei 49,90 Euro. Dann kommen wir zu den Silikon-Cases. Und da gibt es richtig tolle Farben. Zum einen dieses Orange, was mein absoluter Favorite war. Das knallt so richtig. Dann gibt es hier auch wieder das Grün, das Cream, das Navy und das Lavendel. Die Cases sind wie gesagt aus Silikon. Bieten auch einen guten Schutz und eine tolle Qualität. Preislich sind wir dann auch ein bisschen günstiger bei 39,90 Euro. Ein klassisches Clear Case für die Puristen gibt es natürlich auch. Das ist ganz normal durchsichtig, damit du die normale Farbe von deinem Handy sehen kannst. Und preislich sind wir hier bei 34,90 Euro. Das ist also der Klassiker und am günstigsten. Und für das S23 und das S23 Plus haben wir alle Cases natürlich auch. Du siehst also, es gibt hier eine bunte Auswahl an verschiedenem Zubehör. Mein persönlicher Favorite ist hier das Silikon-Case in Orange. Das sieht echt mega aus. Also nochmal zusammengefasst, was ich auf jeden Fall kaufen würde, wäre ein Netzgerät. Weil ich das S23 Ultra bestellt habe, würde ich mir hier das 45 Watt Netzteil holen und dazu so ein Ladepilot. Entweder das Single, Duo oder hier das Triple, je nachdem wie viele Geräte ich noch nutze. Und was ich auch auf jeden Fall dazu bestellen würde, ist die Displayfolie. Denn auch wenn bei der Galaxy S23 Serie das neueste Gorilla Glass Victus 2 zum Einsatz kommt, wird es auch nicht vor Kratzern geweiht sein. Deswegen würde ich mir die Displayfolie auch auf jeden Fall dazu besorgen. Ein Popsocket ist für mich auch immer ein Muss, damit ich das Gerät besser in einer Hand halten kann. Und bei den Cases musst du einfach gucken, was dir am besten gefällt. Ich persönlich würde wahrscheinlich dieses Orangene Silikon-Case bevorzugen. Aber das Leder-Case und das ganz normale Clear-Case hat mir auch sehr gut gefallen. Jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt. Welches Zubehör wirst du dir kaufen? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte dich gut beraten. Wenn es dir gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, damit du auch meine Tests zu den Galaxy S23 Modellen nicht verpasst. Folg mir auch gerne auf Social Media für mehr Wahnsinn und Behind the Scenes. Alle Links findest du in der Videobeschreibung. Jetzt kannst du dir hier links mein Galaxy S23 Ultra Gewinnspiel anschauen oder klick hier rechts für mein Galaxy S23 Kaufberatungsvideo. Na los, klick drauf. Es lohnt sich.